willkommen zur belaugung von shanghai im spiel modus rush muss noch einer bereit klicken bei uns dann geht auch schon laut drei artikel haben die angreifer wenn man oben schon sieht sie waren sehr redebedürftig alle nicht gerade in den freundlichsten tönen aber na gut wir sind verteidigte ok claymores Wo ist denn da? Wo ist denn B? Ach, hier drinnen. Ich denke nicht, dass da jemand durch kann. Da setzen wir den Klammer, aber hier oben hin. Ich habe nur noch was. Oh, wir haben sogar zwei. Nett. Wie viel habe ich denn bei, ey? Was? Wieso komme ich hier nicht rüber? Jetzt. Ach, fuck. Ich bin doch schon bei A. Shit. Warum ist da eine Spawnbarker, Alter? What the fuck, man? Warum stellt man denn da eine Spawnbarker, wenn man da sowieso fast daneben spawnt? Ja, das ist alles scharf schon fast, kann man sagen. Könnte ich jetzt irgendwo... Ach so, muss ich aber kurz sagen, kann ich hier in den Squad joinen, aber zum Glück nicht. Und denke ich mal, alle oben. Na, herzlichen Glückwunsch, das Ding ist ja schon mal durch, ne? Kann man ja nicht durchschießen. Na, Mann, ey. Ach, wenn das klappt hier. Boah, jetzt geht das wieder los mit dem C4, schmeißen hier. Gut, dann können wir uns alle einfach sterben. Amtrak. Weg mit dir. Ich denke, dass wir jetzt von hinten kommen werden. Sollten wir, ja? So, wo ist der B? Autsch. Nope, 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 nope. Ich will nicht sterben. So, wir haben ja noch hier oben. Das Ding bricht einfach random jetzt zusammen, oder wat? Oh. Wo ist der Nächste? Okay, beide weg. Alter! Alter, im Ernst? Wie kommt man denn so hart verrecken, Alter? Da ging ein. Da kommt ein Quad. Na gut, wir sollten mal in die Nähe davon gehen. Alter, ohne Witz. Was ist das denn für den Verarsche, Alter? Da gehst du einen Meter und dann sind da 10.000 Leute. Alter! Wie ihr den gerade nicht verrecken wollt? Oh, boah, das ist wieder eine heiser Wand. Ach, shit, ey. Obwohl die schon überall sind, ist doch Reuden, ey. Mein Team trägt nicht dazu bei, dass wir hier irgendwo etwas reißen. Gut, ich gerade. Oh, nicht unbedingt, aber... Besser als so. Da ist wieder einer durch. Und einer. Alter! Der schmeißt das hier vier runter und tötet nicht mal einen, ey. Ohne Witz. Na, die werden wahrscheinlich oben auf dich anrufen können. Ach, ich sehe so gut auch wie nichts. Naja, die sind da schon oben auf dem Dach. Oh, ey. Das AIM. Und der Arsch mal scharf, Alter. Wundertpro. Verreckt doch endlich mal, ey. Meine Güte. Da hinten ist irgendwo einer. Oh Gott, hier runter wollte ich eigentlich nicht. Ach, sie sind unter mir. Ach, f*** ich es doch, ey. Schon wieder der Typ, ey. Tja, aber ich gebe einen jetzt. Oder schon ein bisschen Aufsätze, glaube ich nicht, oder? Oh Gott, ja, nee. Ähm. Möchte ich nicht. Haben wir Mittelresistanz-Aufsätze? Nein, natürlich nicht. Nichts, nichts. Nehmen wir. Wir haben nichts. Nehmen wir. Ach, Salven schießt er durch den Sturm. Nein, das Ziel Alpha wurde vom Feind Scharf gemacht. Alpha? Wo ist denn Alpha? Ach, sie sind da unter. Nein, das Ziel Alpha wurde vom Feind Zerstörer. Ach, Mann. Und dann. Ist doch, kacke. Ich hab ihn gesniped. Tschüss. ich ich habe mich hier wie lange ich hier oben bleiben kann was ich hier die ecke irgendwie kriege oh warte da gehen so viele zu a-rad rein und er wird auch zusspunksen mann äh es hat auch keine minen gelegt nichts nur dass der amtrak hat einfach nicht reinkommt nix na gut dann gehen wir mal auf P90 ist zwar scheiße aber was würdest du machen boah ey ohne witz man diese sprache ausschalten mann ach Gott ey was zu rollen ey kacke der weiß dass die Basis erobern na scheiße ach ach was hier in den Trümmern ey boah so ne reine Camperer hier drinnen so ne reine Camperer hier drinnen hm ich würde gerne unten an der Brücke warten irgendwie na ich glaube du willst dich schneller erledigen wie ich denke oh wir hätten ja hier ja gut das ist ziemlich offensichtlich da stehen kann oder wir haben jetzt einfach mal das Ding zu nutzen hier hm ah da gibt es ja gerade noch einer wo ist sie rein Junge oh die werden übers Wasser gehen denke ich ja sie sind schon da oder also ich würde zumindest schwimmen sagen wir mal so da hinten kommt schon einer mit hm hm und der Panzer naa haha oh mein Gott oh alter den Panzer bekommen und die beiden GG gleich sterb ich hm so B ist mal wieder scharf hm 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 nem hm 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 so auf dazu also hier oben sobald sie uns sicherlich umlaufen eine gute stelle eigentlich oder nicht vor schutzhilfe das heißt der ist weg er kommt von hinten und kriegen wir den mein gott er diese scheiß blankgranaten jedes mal alter ohne witz mal noch glaube ich alter ist die bombe schon wieder scharf mann das ist ja unfassbar man das kann doch nicht wahr sein ja können wir ja schon mal zum nächsten ding gehen das ist so bad ne man ja wenn es nur ein mitgenommen oder die wif ich nicht danke naja die kommt schon wieder mit meinem schick hier rüber das ist so krasse man die raffens nicht man die rennen alle irgendwo hin und der antrag rennt einfach durch der gewinnt quasi für die das game so wie es sein muss naja weißt du ja warum wir aufs dach gehen vielleicht wir sind ja schon wieder hier kann man gar nicht was ist denn am track ist endlich weg na fuck aber was schreibt der spinner da ist ja ruhig ja die rennen halt einfach innen lang ne die bleiben alle warum steht der panzer zum ich will da draußen alter unverständlich jetzt ja ja gleich kommt er nehmen zeichner hier mal wiederbeleben den Spacken, Alter, ohne Sitz da ist viel an der Ecke oh shit oh shit Alter, wie viele da drinnen stehen schon wieder, ey Alter bin ich immer hart am Arsch, ey das kann nicht sein, Mann hab ich sogar nicht gesehen, genau in der Ecke und wieder mit ihrem C4, ey ey, was ist los? ich bin da auf die drauf und treffe die nicht what the fuck ach, f*** ich doch den Arsch, ey Mann, 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 ey oh wie sieht's denn Arsch aus? na, sehr gut, will er nicht bekommen Leugner an Kolonial 2 go ahead, Battlepack ah steht hier nicht mehr sicher in uns weiß noch nicht, wo die gerade fighten, Alter da vorne ist der Augen überhaupt noch umkämpft oder ist er schon gefallen? oh Mann, ey ey, Alter ey, Alter klar unter mir gut wie? Der Panzer steht einfach immer noch Warum markiert er den Panzer nicht? Hey, mein Panzer ist beschädigt. Ich brauche einen Mechaniker. Oh man, die sind einfach überall, ne? Ja doch, Werkzeug können wir einnehmen, unser Panzer steht noch nicht. Da ist ja der Panzer jetzt wieder. Da war ein Fußgänger. Was ein Noob, Alter. Alter, im Ernst, Mann. Was ist denn los, Mann? Warum? Das kann doch nicht sein, Mann. Wie ist keiner raffelt, der Typ über uns ist, Alter? Ach, das ist so bescheuert, ey. Ohne Witz. Ohne Witz. Witz rein, Alter. Tschüss. Wie es immer wieder einer nach da oben schafft, ne? Das ist so bescheuert, Alter. Sehr gut. Boah, voll, wenn wir mal reinhalten nach dem. Na, da. Alter. Im Ernst? Wo ist Alpha? Wo ist Alpha? Oh mein Gott. Wie lange die einfach gebraucht haben, Alter, um nichts zu tun, ne? Ich weiß nicht, was ich eigentlich abmauere, was ich nicht abmauere. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auch leise. Ich weiß nicht, wie ich mich abmauere. Aber nicht, wie ich das los. Ich weiß nicht, wie ich es nicht mehr so leise, für mich abmauere. Aber was ist sowas? Oh mein Gott, was ist das? Ich weiß nicht, wie es das ist. Das ist das nicht ausfällig und mir. Das ist das. Ja, ich weiß nicht. Das ist, was wir jetzt noch nicht alles fehlt. Die können nicht mal mehr in B rein, Alter. Das ist einfach so, Alter. Hm. Sieht nicht unbedingt gut aus. Unser Panzer. Keine Ahnung. Ein ganzer Squad treibt sich irgendwo rum, Alter. Nur nicht irgendwie bei der Bombe. Das ist einfach nur total bescheuert. Piss dich doch mal, Alter. Geht der falsch mit dir mal? Geh da aus dem Weg, ey. Alter, haben die das nicht gesehen, dass der die wiederbelebt hat? Oh, der Witz, ne? Ja. 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 Ey. Yeah. Ja. Ja. ah die werde jetzt wahrscheinlich weggehen aber auf jeden fall zu vier mal du kommst nicht mal zum akzeptieren hatte doch immer wieder mit der pg einfach wieder reinschießt so eine news man so auf den sack ja ich sehe den pfanzerleiten schon wieder denke ich dass da jemand irgendwas gegen machen werden wo ist denn weh das hier Stöp halt wir haben einfach ja so nah die tüde noch zwei level sind wir der 100 doch ziemlich nah ich bekomme 100 prozent bus halt nicht an gut danke fürs gucken weil ich zum nächsten mal